So, es ist soweit. Wir haben sie alle. Alle 8 Minions von Kaufland. Fangen wir einmal an. Zunächst einmal die Erdbeere. Das ist Strawberry Bob. Dann die Ananas. Das ist Pineapple Tom. Kommen wir nun zur Paprika. Pepper Dave. Ich glaube, das hier ist die Birne. Nein, es ist der Apfel. Apple Karl. Es geht weiter. Avocado, glaube ich. Genau, Avocado Stuart. Mit einem Auge natürlich. Und nun die Möhre. Carrot Tim. Weiter zur Banane. Banane Kevin. Und letztendlich haben wir dann hier noch die Tomate. Tomato Jerry. All diese netten kleinen Figuren. Ich baue sie nochmal wieder auf. Gibt es aktuell in der Aktion bei Kaufland. Zu einem Preis von 3,95 Euro für 20 Prämienpunkte. Ihr bekommt hierbei für jeweils 5 Euro Umsatz bei Kaufland einen Prämienpunkt. Und so kommt man dann nach und nach, wenn wir relativ viel dort einkaufen, auch nach einer gewissen Zeit zu den 8 verschiedenen Minions. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo meines Kanals und wenn du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.